Haben die hier alle so ein Standard-Waffe, die 10mm-Dingster-Pistole? Nämlich die halt. Die hier eh benutzt wird. So, ich hab die... was... Ja, das ist möglich. Ähm, was ist hier so? Sherry-Bombs noch mehr? Whisky? Öp. Oh. Kochknapp, der Babin. Ähm. Gut. Äh, die Waffe ist gut. Ich bin froh, dass das vorbei ist. Ey, komm gucken, und wo geht's hier lang? Vader. Interessant. Achso. Tomorrow Outpost. Achso, das ist hier. Gut. Pimpel-Vorkriegsgeld. Hat sich ein bisschen gelohnt. Ist das der richtige Ort? Scheint. Ich muss erst... Ähm... ...die restlichen Teil dieser Metro. Nachgucken. Interessantes Spiel. Aber vielleicht gibt's hier noch irgendwelche lohnenden Gewinne, die ich nicht verpassen möchte. Hier drüben. Ähm... Chinesische Pistole. Zum Beispiel. Ja. Das ist so ein lohnender Gewinne. Oh. So. Und... Bisschen Schuss davon. Munitionsküsse. Schrotpatrone. Das fehlt ja immer mehr. Ich muss hier noch schlafen. Bett. Ne. Tür öffnen? Auch nicht. Holzhammer. Brotbücher. Okay. Dann war's das. Weil hier ist nix mehr. Schön. Ja, ja. Ähm... Ja. Wo ging's hier runter? Hier. So. So. Wir spannen uns einfach den normalen Weg und... So. Fuck. Ach. Wie gut. Ich mein... Den normalen Weg nehmen ist zu Mainstream. Was war das? Ich fände ich schon wieder... So. Munition. Brauchte ich 5mm Munition überhaupt? Brauch ich gar nicht. Äh... Das war doch nicht nackt. Ja, ähm... Dann halt... Den auch. So. Oh, da ist noch einer. Ähm... Gut. Äh... Ja. Oder so. Mit mir ist nicht gut Kirschen essen. Mook. Scheiße. Kann ich nicht. Da muss ich die ganze U-Bahn entlang gehen, oder wie. Egal. Noch mehr Gewinne, die wir warten könnten. Aber auch noch mehr Gefahren. Oh, welche U-Bahn-Station bin ich jetzt? Die Metro Central. Gut. Schau an. Schau an. Schau an. Du bist tot. Richtig. Oh, Buttermesser H-Klammer. Das kann ich gebrauchen. Kann man da noch weiter... Ja, kann man aber erstmal richtig hoch. Weil dieser Aufbau ist anscheinend immer gleich. Und ähm... Hallo. Heiße Richtung. So. Flankieren. Ja, flankieren. Flankiere du mal. Ich ähm... Geh hoch. Ja, die kriegen wir. Ja, die kriegen wir. Oh. Oh. Ach, zweistöckig sogar. Ist ja auch ein Standfil, von daher. Ähm... Gut. Das war jetzt nicht mein Ziel direkt. Dass der so... Apepisch fällt. Aber egal. Kann mich ja nicht... stören. Oh, ich soll da lang. Mhm. Öffne Tür. So. Äh... Schreibtisch. Hey, hey, hey. Hier ist ein Kronkorken. Roboter. Aktenschrank. Dann. Metro Terminal. So. Resident. Schade. Recorded. Ach, guck mal. 4 sogar. Also ist das irgendwas mit E. Denke ich mal eher... Rewarded. Oh. Nur noch ein Versuch. Nur noch ein Versuch. Hm. Recorded und Recorded haben jeweils 4, das sollte ich mir merken. Äh, da. Bomben entfernt, okay. Äh, da auch noch eine Bomben entfernt. Okay. Ah, hier. Bomben entfernt. Ups. Hätte ich fast angeklickt. Erlaubnis aufgefüllt. Ähm. Remained. Rewarded. Relieved. Aha. Relieved ist es. Weitere überragende Mobco Produkte finden Sie in dem örtlichen Ausstellungsraum. Ja. Zurück. Öh. Genau. Ähm. Ah. Hä? Oh. Ich brauche keine Metro-Karte. Äh. Hilfe. Kleidung. Waffe. Waffe. Ja, wie je. Okay. Ja. Ja, genau. Äh. Egal. Oh. So. Ja. Noch eine Ladung gefällig. Nein. Teddybap. Oh, ich wollte nicht. Äh. Ja. Auf Toilette gehe ich dich mit ihm auch nicht gehen. So. Wo gehen wir denn jetzt hin? Dann, äh. Achso. Der Roboter wandert hier lang. Ich will aber erstmal mal gucken, was draußen ist und spätestens nur um die Markierung zu kriegen. Danke, dass du die Metro benutzt hast. Danke, dass du die Metro benutzt hast. Enjoy your visit. Pennsylvania Avenue. Wo ist die? Das Ranger-Not-Signal. Ähm. Ähm. Ein normales Super-Gut-Tat. Müssen wir nicht weiter. Uns wird beschäftigen. Na, reicht's schon. Was? Ja, ja. Ähm. Achso. Äh. Status. Nein. Lokale Karte. Wir müssen da irgendwo runter. Okay. Wird schon. Machen wir schon. So. Mh. 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 Das war... Ich musste gleich den Tunnel weiter dann entlang. Wenn ich mich hier... Ach guck mal, da waren wir nämlich noch nicht bei dem roten. Nicht. Und da sind doch noch Gegner, die wir noch nicht besiegt haben. Noch. Nicht. Oh. Schade. Oh. Ähm. Ja. Geht doch. Geht doch. Gut. Das ist eine echte Hilfe, dieser Mann. Ja. Streunender, wilder, ghoul. Okay. Mdrex nehme ich einfach mal mit. Ich müsste aber jetzt auch ein Stimpak nehmen. So. Hm. Aber da ist ein bisschen Strahlung. Äh. Söltner, The Tailing Company. Ne. 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 Aber die Rüstung könnte ich brauchen. Meine ehemalige. Aber wieder ein bisschen zu reparieren. Oh. Das bringt gar nichts. Die... Äh. ...die... Da ist ja wahrscheinlich an Strahlung gestorben. Denke ich doch mal. Oh nein. Als ob das hier nicht überall der Fall sein müsste. Oh. Hä? Oh. Ja. Ja. Nutz man die einfach als... Ähm. Offenzeitsorte. Wer ist das? Sammler. Mitten in der Metro, oder was? Hallo. Hallo. Ähm. Sagen wir's noch, hab ich irgendwas zum Verkauf? Hm. Mh. 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 Mit so jemandem macht man gerne Geschäfte. Rapparieren. Tailor-en-Konferst. Dunk. Mh. 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 Ja... Hecken-Schützengewehr. Ne. Das Lasergewehr. Nee. I have to go now. Mh. Äh. Ach, hier geht's runter. Äh, ja. Ich habe einen. Ich auch. Gut. Wer... Achso, ich hab fast keine Munition mehr. Äh, Stimpex wenigstens. So, jetzt hätte es sich mal ausgezahlt, hätte ich mit der 10-Millimeter-Munition weitergemacht. Schön. Und gucken, da muss ich gleich wieder meine normale Waffe nehmen. Schade, schade, dann ist die Ära halt zu Ende. Nee. Erstmal nach oben. Gucken, ob hier irgendwas Interessantes ist. Das ist so ein nettes Lehrer. Hast du mir gedacht, du sagst nicht, du sagst nicht. Oh. Okay. Ach du Sche... Ach du mein Witz, ich dachte schon irgendwas Schlimmes jetzt. Ja, wie... Ich war hier doch gerade schon. Dann wieder hier rein. Aha. Bisschen Fallen liegen hier, okay. Das hat wahrscheinlich der Sammler gelegt, mal ganz klug zu sein. Aber ich hätte ihn trotzdem umbringen können, weil das war jetzt nicht sehr schwer. Oh. Aber wie schön, dass diese Zwischenräume mitten in der U-Bahn-Station einfach genutzt werden, um... ...Atommüll zu lagern. Ja. Bisschen viele Türen, ne? Oh. Ähm. Ja. Ähm. Kopf verkrüppelt. Oh. Ja, dann brauche ich wohl meine andere Waffe. Ich möchte jetzt mal auch meine Kampflente nutzen. Wie weit so viel Strahlung? Ich glaube, ich nehme vorher eine White-X. Ähm. Ja. Oh. Das bringt wirklich was, weil ich kaum Strahlung herbekomme. Mal gucken, wie schön das ist, hier mitzuschießen. So. Uh. Schick. Schick, schick, schick. Ähm. Machen wir mal weiter. Was war das? Ja. Was war was? Warum hat der jetzt das Wässer in der Hand? Oh. Schön. Schön. So. Oh. Ich dachte. Ich dachte. Oh. Ja. Kann ich jetzt reparieren? Hey. Kann ich aber jetzt mit der Jagdquente weiterholen? Muss nicht meine beste Waffe dafür nutzen. Weil spätestens zu zweit sind das nicht mehr die gefährlichsten Gegner. So. Hm. Nee. Oh. Ein normaler Ghoul. Jo. Ja. H-Klammer. Roter Zug. Karte kann ich bestimmt irgendwann gebrauchen. Oh. Noch mehr Geld. Denn wir mögen Geld. Mögen Geld und sind beim Buenos Aires. Square. Ja. Ja. Wann kommt die. Ist der Karte? Hallo? 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 Aha. Was? Ja. Dann würde ich sagen. Gehe ich doch erstmal ins Schutz. Und ähm. Ich mache hier dann ein Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. же mal. Bis zum nächsten Mal.